Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge hier in Thüringen. Gut, die sind überlastet wegen dir. Machen wir mal schauen. Wir werden weitermachen mit Futter der Tiere, weil zurzeit sehe ich da nichts überlastet. Und ja, Futter, Stroh wird alles gegeben werden. Ich kann jetzt am Anfang mal kurz mal zu viel sagen, aber ansonsten müsste es in Neuze gehen. Hoffe ich natürlich, ne? Hoffe ich natürlich. Reiche gewohnten Verhältnisse normalerweise. Ja, also hoffe ich mal das Beste. Ich muss mir eine Folge anschauen direkt, äh komplett. Die erste habe ich noch mit OBS Lads Club angemacht, die ersten Folgen. Die ersten sechs, die jetzt war ich mit OBS, Prozesse auch nicht ausgelastet und dergleichen. Also überhaupt nicht, also dürfte eigentlich keine Probleme geben. Da es ja um den Rechner separat läuft, muss ich an sich, ja, haut das weg. Eigentlich keine Probleme. Also wir wollen die Aufnahme auch fertig machen. Und dann schauen wir mal, ob das irgendwo zu sehen ist oder zu hören ist. Also wie keine Unterbrechung zu sehen hier auf dem Bildschirm, wenn jetzt zum Beispiel Ton ausfallen sollte, dann höre ich das sofort. Und der 19% tatsächlich. So, so alles. Gut, dann gehen wir den Rest, äh, mal verkaufen, ne? Probier das mal aus. Dann wollten wir noch mit Sputter, äh, Heu rausfahren. Äh, irgendwie gerade schon geklappt. Jetzt kriege ich hier nicht verkauft. Vielleicht werden wir den hier verkaufen müssen. Doch! Und los geht hier auch. 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 Okay, Bild raus. Das wär schwierig. Hoffen wir das gleich klappt, dann wollen wir auch noch frechen, das ist scheiße, dafür sein. Gut, also klappt es, letztes Mal rollte er überhaupt nicht um das Lenkrad. Da wollte er überhaupt nicht und das ist mal scheiß, guck mal sehen, dass wir jetzt rausgehen. Da haben wir eine böse Kante, wollte hier auch nicht angleichen, normalerweise wollte ich da gar nicht hin. So, Lenkrad immer kurz, äh, eine Aufdeckung, wenn er dann bei der Bildschirm weggeht, dann das, äh, wo die Maus aushalt ist, gibt es ein Problemchen. Aber das geht relativ schnell, hier sollten wir sehen, dass wir ein bisschen Heu rauskriegen, ne. Gras sammeln tut er jedenfalls, das ist gut. Der andere geht hoch. Ist noch heute nicht voll. Mal gucken. Das kann nicht herstellen, weil voll ist. so ein bisschen daneben. Okay, geht trotzdem rein. Jetzt fahren wir gleich bei uns rein, müssen wir zurück. Dann kann er 20.000 noch mehr arbeiten, ne. Das wäre nämlich ganz schlecht, wenn er jetzt, äh, ständig voll macht. Mit der zweiten Wasserstelle, ne. Da waren die ganz, äh, fix und flott dabei und haben das Ding vollgestopft. Ich werde das so machen, dass ich Petersons irgendwann, halt so machen, dass wir, äh, dann ja, diese Hüte, wo wir wegnehmen, äh, dann ja auch, äh, Silage auch voll machen, ne. Aber mir ist noch wichtiger, dass wir Heu machen, weil Heu ist das, was wir jetzt nicht kriegen, ne. Also, 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 schwierig kriegen, also, wenn es regnet und so, ne. So. Ich fahr da rein. Dann können wir gleich mal, äh, hier, und dann werden wir gleich hier, Was, die Führung, die Lage. Ja, aber man muss schon wissen, was man gemacht hat, ne. Mal gucken, ich glaube, der ist der hier. Weißt du nicht, der muss euch denn. Dann geht das. So. Ich hoffe, dass es gut geht. Äh, der, der, der Gras ist gerade voll, da muss man kommen. Aber ich muss trotzdem das Ding leer kriegen und Heu. Und. 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 Und dann gucken, ein wenig Stroh. Und die Auma. Weiß auch nicht genau, ob der andere Ladewagen da reingeht. Und. Anfügefeichen. Das weiß ich nicht genau. Von der Höhe her. Guck da, hat sich der Wand gelaufen. Klatsch hat es gemacht. Keine hesehn. das heißt wir werden probieren ob wir da rein fahren von der höhe her sollte sein da nicht passt da kann man nicht da ob man den auch nehmen kommt zu wollen aber wenn man gleich mal nicht zu wollen da kann man nicht da lange leben da muss der händler fliegen noch mal drücken der erste oi den kurs den oi du den hier den nirkowski ich weiß nicht genau ob der warte kommt oder eben über den haufen fährt er hält abstand das gut ich warte super wir haben gleich den anöffnet und und dann fangen wir stroh und der passt nämlich garantiert rein und der andere nicht ich kenne die brüder vielleicht eine frohe silage mitnehmen von dem anein dass er entsprechend da wo fast weiter arbeiten kann unfall ja da gibt es schon gas aber muss er auch ne um überall kanten habe ich gebaut eine frage ich war das die nase wird auch zeit gut, Gras ist raus, also das wäre an sich kein problem aber wie gesagt, sobald Gras reinkommen soll er ja gleich arbeiten können aber so kann er gleich futtervoll arbeiten wenn man alle fahrzeuge irgendwie in die selbe richtung fahren lassen dann gibt es eigentlich keine probleme, also dann warten die im prinzip auf andere ja ne weiß nicht war der hüllschirm das bleibt eben gerade nicht so gut und dann kommt er wieder weg dann schauen wir mal wo das liegt so ich wollte jetzt Stroh holen für die Kühe das soll es für die heutige folge gewesen sein, ein bisschen kürzer vielleicht ganz gut ja ich schau mal nach ich sag mal schönen Dank fürs reinschauen und tschüss und bin gewinnt und tschau, 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 tschüss und tschau, tschüss